Willkommen zur Beklopptenzeit. Wir kennen das aus Akte X, doch Brüderrufen hilft doch nichts. Das kommt wie Strahlen aus dem Mal und plötzlich, dann ist Karneval. An ihr Karnevalpacker, seid bereit, denn dort geht die Beklopptenzeit. Mein letztes Test, das geht nicht her, wenn er sich auch schon mit Gott wär. Musik Gibt alle der nicht, denn da sind viele Sachen männlich. Öfter, öfter, auf den Dach genau. Mäus noch nicht sass und auf Stern haben es auch. Es ist die Zeit der tollen Tage, so eine Art Dieflotenplage. Eine Verschwörung, blöd zu werden. Die ja nicht unbedingt auf Erden. Im wahrer Ausgeburt der Hölle. Und der Ausgangspunkt davon ist... Hölle! Musik Denn dort gibt es nicht nur RTL, das deutsche Superstar Café, Sondern an jede Menge Jäcke, die sich auf Knaben Pappe stecken. Als Gartenwärter sich kopiere, dann zum Elberrat von mir sind. Und darf uns selbst das Dünnste hören, dort und Kommando Fröhlich sind. Alle, ihr Karnevalspatter, seid bereit, denn dort geht die Beklopptenzeit. Mein letztes Test, das geht nicht her, wenn es nicht Ascha mit Gott wär. Und alle Länder, die Leute, die sich ganz schlimm verändern, sie gehen nicht herungslos gesaugt und fremden Menschen frei dir kaufen. Das hat sich die Buhren und die Mädels und schmeißen sich kurz hier an die Schäden und tun jeden, den sie sehen, gar nichts furchtbar auf den Erden legen. Sie tun nur noch Weinsprechen und sind so witzig, wie ich könnt gerade brechen. Bewegen sich in Polonesen als händige Gehörprothesen. Man möchte ihnen im Vertrauen am liebsten in den Wacken hauen. An ihr Karnevalspatter, seid bereit, denn dort geht die Beklopptenzeit. Mein letztes Test, das geht nicht her, wenn endlich Ascha mit Gott wär. Warum dagegen machen, soll man vielleicht noch drüber lachen? Doch mit kein Schreien und kein Schimpfen, man kann sich nicht dagegen öffnen. Die Macht der Dosen ist zu stark, als dass man sich zu wärmen vermag. Am besten ist, man bleibt zu Hause und sperrt die Bahnen einfach aus. Man sperrt sich ein paar Tage in und lässt die anderen blöde sind. Der Trick ist, dass man sich verpisst, bis wieder Ascha Mittwoch ist. Sie bleiben stets ihrem Motto treu. An Ascha Mittwoch ist alles vorbei. Der Kater, seid bereit, denn dort geht die Beklopptenzeit. Mein letztes Test, das geht nicht her, wenn endlich Ascha Mittwoch wär. Und steht ein Zombie vor der Tür und trägt zum Papp-Nasen-Spür und sagst das Hallo nur. Alle hofft, dann dreht oben den Nagenkopf, holt er mal richtig in den Arm. Wenn er kalt hat, dann hat er mal warm. Ein guter Flasch hier, das fände er auch schöner. Macht uns Mundig an, am besten den Hühnern. Denn ehrlich gesagt, fehlt so kurz ist doch die Zeit, der Name teilt. Denn an Ascha Mittwoch ist leider, leider wieder alles vorbei. Applaus Alle Gerane, Weizkirchen, seid bereit, denn los geht endlich die 15 Jahre Zeit. Unser nächstes Temp, das geht immer her, wenn noch ein ganzes Jahr lang Fasen fährt. Ein Hoch! Applaus